Hi Leute, ich bin dieser Alicia Kaninchen und wie ihr seht, habe ich richtig viel gebaut. Also hier ist es gerade im Roblox. Ja, ich habe schon lange keinen Roblox mehr gemacht. Und wie ihr seht, nicht mit dem Roblox-Charakter. Ich weiß nicht, ob ich schon ein Video gemacht habe mit diesem Charakter. Ich weiß gerade nicht, aber ich habe halt keine Roblox. Ich bin auch gerade dabei, mir ein paar zu erfassen. So, dass ich bald... Also man braucht einfach nur andere Haare, finde ich. Ich finde, man braucht nur andere Haare. Aber ich würde sagen, kommen wir mal zum Video. Ich habe hier ja was gebaut. Ich zeige euch das dann gleich auch nochmal genauer. Ich habe da auch schon ein bisschen angefangen, weil mir das halt eingefallen. So, ich komme jetzt halt zum Video machen. Hier gibt es sogar Überwachungstürmer. So, ich habe hier das selber auch schon mal gespielt. Aber wir werden heute auch ein bisschen machen. Und seht, ich habe einfach richtig viel. Aber für dieses Spiel ist das nicht so viel. Also, um sich ganz klar Sachen zu leisten. Hier ist es, um mehr Geld zu verdienen. Und übrigens, ja, ich lispel etwas. Aber keine Sorge, ich versuche es irgendwie wegzumachen. Weg zu machen. Ja. Hier eine kleine Musikbox. Und hier ist das Spiel. Ich weiß gar nicht, wozu der da ist. Ich glaube, das ist das Spiel. Oder ist das zum Rennen? Oder was ist das? Irgendwie macht es nix. Wisst ihr, was das bedeutet, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wenn sie... Warte, die müssen jetzt gehen. Ja, es geht. Oh, okay, es kostet noch hoch. Hier auf der Seite haben wir auch noch mal was. Ja, hier, das habe ich mir noch nicht gekauft. Ist etwas zu doll. Ich weiß gerade auch nicht, was das ist. Ich glaube, das ist auch Englisch. Ich kann es gar nicht lesen. Ich glaube, es geht nicht. Ach, ich weiß, was es ist, glaube ich. Das ist doch diese eine Scheune, oder? Ja, und innen drin, da ist einfach was, was in einer Scheune. Was kann denn da so teuer sein? Ich meine, das war richtig scheuer. Aber ich weiß gerade auch nicht, was das ist, das Teure. Ich habe das schon mal bei einem Freund gesehen. Also nicht bei... Halt so zum Spielfreund. Ein bisschen. So, ja, hier. Halt... Ha! Was ist denn da los? Guckt euch mal das an. Da kommt so viel raus, dass es gar nicht mehr weitergeht. Ah, ich habe hier es aber schon wirklich. Oh, seht mal, wie das gerade aber einfach abgerastet ist. Aber guckt mal, das geht auch so langsam. Das ist... Das geht gar nicht weiter. Ich glaube, das ist auch so langsam. Oh, wie geil. Ich würde sagen, von oben fallen hier auch so Sachen runter. Und ich würde sagen, wir machen mal weiter jetzt hier. Hier mal hier, weil da habe ich auch noch was zu machen. Ja, da ist es ordentlich. Aber ich fühle mir jetzt auch gerade kein Geld. Und ich habe auch wieder keine Lust. Suche ich mir erst mal drüber. Hey, hier war ich noch gar nicht. Vielleicht die Pizza. Wie geht es nicht? Hey, voll schade. Sogar Donuts. Oh, was ist das? Keine Ahnung. Dann gehen wir mal weiter. Hey, da habe ich noch gar nicht gesehen, wo ich das gekauft habe. Ja, da habe ich mir doch so gedacht. Ich kann mich noch mal dran erinnern. Ich habe mir so gedacht, hä, was habe ich denn jetzt bekommen? Ich dachte, das Ding wäre schon voll. Ist das ein Beispiel, oder? Oder was ist das? Ach, ach, nicht so gut. Äh, wir können hier auch jetzt ganz mal weiter nach oben gehen. Weil da war das, war, war das andere dort. Oder? Gibt es da schon Sachen, die ich mir leisten kann? Ja, das da drüben kann ich mir leisten. Das ist ein, oder? Oh, doch. Von hier oben kommt schon Sachen. Da habe ich schon. Dann kann ich mir das, hm. Das nächste. Kennt ihr das? Ihr seid in demselben, wie heißt das nochmal? So, Tycoon, oder? Heißt das so? Ich bin grad voll verwirrt. Aber wenn es Tycoon heißt, dann, ähm, mit drin ist. Das erste ist immer richtig easy, so, überhaupt nicht teuer. Und das zweite wird dann so richtig, also nicht richtig teuer. Aber ich finde es teurer. So viel teurer. Das kenne ich voll. Das kenne ich voll. Aber hier gibt es voll lahm ab. Oh, langsam. Vielleicht leckt es bei mir ja. Aber so richtig lecken tut es hier jetzt nicht. Okay, es leckt schon ein bisschen. Aber ich glaube, das ist gewöhnlich. Also es ist normal. Aber ich habe grad ziemlich schwierig bekommen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass hier so viel kommt. Habe ich zu viele Jobber? Was? Oh, ja, stimmt. Oh, ne. Ich weiß nicht. Aus jedem kommen jetzt immer zwei oder vier. Und deswegen ist jetzt dieser Stau hier. Was? Bin ich voll da oben nicht wieder runter? Bin ich voll da oben nicht wieder runter? Bin auch nicht immer zu hoch. Da oben. Hä? Da fallen gar nicht wieder runter. Da oben. Da oben. Wie ist die da schon heute hier? Hä? Wie mache ich das? Ein Sekunde. Wie da oben überhaupt? Ich bin nur noch da oben. Übrigens, gleich kommt eine Freundin von mir. Und deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Okay, das verstehe ich jetzt mal gar nicht. Irgendein Bug ist hier drin. Ah, vielleicht ist der Erfinder hier gerade am Bearbeiten. Ich mache danach noch ein Video. Also, ein Foto. Versuche ich noch unsere Auskunft zu bringen. Und übrigens, jetzt mal kurz. Eigentlich, was soll ich als nächstes Mal machen? Schreibt mal jetzt gerne in die Kommentare. Ich hätte auch schon so eine Idee. Aber die verrate ich euch noch nicht. Wenn ihr ziemlich freigierig seid. Dann... Keine Ahnung. Vielleicht... Bevor das hier irgendwie früher seid, ihr... Okay, das war irgendwie gerade richtig schön, was ich gesagt habe. Aber egal. Das Video hier ist schon sieben Minuten. Wow. Warte, ich mache das mal... Es klappt nicht. Ich mache das mal darüber. Wer ist denn hier Erster? Wer ist denn hier? Ich glaube, ich bin am weitesten hinten. Heißt das das mal am weitesten... Ich glaube, der hat viel Geld. Ich kann die Zahl nicht lesen. Okay, ist vielleicht daran, dass ich in der zweiten Klasse bin. Aber... Okay. Ich würde sagen, machen wir mal weiter. Mit diesem... Mit diesem... Weiter. Also, aber ich zeige euch jetzt hier. Das ist ein Auto. Und dieses Auto... Das ist so nicht mal so toll. Ich hätte... Ich hätte... Obwohl ich das gesehen habe... Ich hätte gedacht, das wäre irgendwie so ein Porsche oder so. Aber... Wisst ihr was? Ich habe es mal im Freund gesehen. Es ist einfach nur so... So... Wie... Ihr kennt die so LKWs? So LKW-Polizeibach. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Und so viel... Dafür... Hätte ich jetzt nicht erwartet. Echt. Ich meine... Das ist doch ein bisschen doof. Ich finde das wirklich ein bisschen doof. Aber... Und übrigens... Habe ich... Habe ich ja gerade gar nicht dran gedacht. Wir haben 2023! Und wir haben sogar bald die 100. Und die freuen mich so. Ihr seid die Besten. Und... Deswegen... Auch nochmal... Großes. Ja. Und so weiter. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Und ja. Und ich hoffe auch, dass ihr ein schönes Weihnachten hattet. Und Nikolaus und so weiter. Ha. Und ja. Oh nein. Jetzt kommt das wieder. Oh Leute. Es tut mir so leid. Und... Aber ich muss dieses Spiel hier gerade mal verlassen. Dann komme ich sofort wieder rein. Keine Sorge. Es geht auch nicht weg. Das wird alles abgespeichert. Wenn ihr das nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm gesehen müsst. Ja. Ich gehe mal kurz raus. So. Das ist einfach nicht... Ich hasse das wirklich. Das ist, weil nicht jemand in dem Spiel abschie... Ich... 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 Ich weiß nicht, ob ich das Wort jetzt... Keine Ahnung, ob ich das erwähnen darf. Aber... Ihr wisst schon, was ich meine. Das, was auf dem Bildschirm ist. Ja. Aber es ist halt nicht schlimm. Es ist nur ein Spiel. Ich hoffe jetzt... Das Video wird auf... Ha. Also... Ja. Dann gehen wir wieder rein. Ich hoffe, der Bildschirm ist besser. Leute. Ich hoffe es... Dann arbeiten... Dann wir... Ja. Keine Sorge. Es ist nicht alles weg. Es ist nicht alles weg. Wartet. Kommt gleich zurück. Ja. Ihr seht es schon, oder? Ist wieder da. Und ich finde das auch immer voll cool. Manche speichern das ja auch ab. Und hier finde ich halt immer richtig cool. Äh? Ist nur wegen dem Fenster? Ah ja. Nur wegen dem Fenster. Weil ich dachte gerade, der Laser ist ja weg. Das kann halt nicht wirklich sein. Irgendwie. So. Und ich glaube dann... Ich finde jetzt auch nicht, dass das Video zu lang wird. Aber... Sonst wäre es ja ziemlich kurz. Und so... Das war halt hier nicht das Video angemacht. Also... Machen wir mal wieder so weiter. Ich hoffe, das Video wird nicht sehr langweilig. Weil ich hatte das jetzt einfach mal so geplant. Nichts so irgendwie krasses. Aber ich wollte hier einfach mal hier so... Irgendwie was Schöniges machen. Aber danach... Im nächsten Video... Da werden wir noch eine Orbi machen. Ja! Und bei Orbi... Also muss ich... Das würde ich nicht wissen. Da flippe ich immer sofort aus. Ich falle... Wenn ich... Fünfmal oder so... Es nicht schaffe... Dann flippe ich so richtig aus. Oh! Und das flippe ich immer so richtig aus. Ich werde auch nicht flippen gehen. Oh! Ich glaube, wir können nach oben gehen. So. Warte, 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 warte. Ich mach mir noch was. Okay, jetzt haben wir genug. Okay, jetzt haben wir genug. Okay, jetzt haben wir genug. Du, da, du wut doch in den Knast. Ich kann... Ich bin da einfach auf und wo sie geht. Ja. Aber weißt du, wie viel der auch gekostet hat? Er hat irgendwie... Was halt nicht so richtig gekostet. Das finde ich irgendwie voll unnötig für die Befüße. Ich habe... Ich weiß nicht, ob es wirklich so viel ist. Aber es ist halt... Zu viel... Für... Die Tür. Und... Wisst ihr? Wie ist es leider? Hier können wir uns auf jeden Fall nichts holen. Aber hier drüben. Ob ich mir jetzt wirklich einen unnötigen Chopper holen will? Nein. Ich hole mir hier jetzt das, was auch immer das ist. Was? Was war das? Was war das? Oh! Vielleicht die Treppe da hinten. Ja, könnte gut noch nicht sein. Ich hasse es! Ich weiß gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Stockwerke sind. Ich weiß gar nicht. Und ich weiß noch nicht mal, wie viele Stockwerke sind. Das finde ich ziemlich ziemlich blau. Nein. 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 Okay. Ich weiß noch nicht. Wie viele ich habe, wenn ich es hier hätte. Das ist ein bisschen komisch, weil ich habe die nicht gekauft. Und dann... Oh, wie geil. Wie es jetzt abgeht. Ich glaube, das halte ich mir nicht noch mal rum. Weil... Warte mal. Ich hole mir jetzt noch mal kurz... ...gezählen. Aber dieses Auto, das hole ich mir wirklich am Ende. Weil es ist wirklich so unnötig. Ich meine... ...Auto ist wirklich unnötig. Und das... ...mit viel... Das Auto ist wirklich unnötig für mich. Also wenn ihr... ...an dieser... ...diesen Ding seid... ...könnt ihr es jetzt wirklich gerne... ...holen. Aber... ...ich würde es nicht empfehlen, weil... ...es ist einfach unnötig. Oh! Wir haben die 200. Ah! Das oben! Ich hole jetzt auch nicht mal das... Ich hole, glaube ich, jetzt nicht den Drucker. Ich finde, glaube ich, das andere mit den 200. Das ist ein bisschen was, das was... ...hätte ich mal. Und ich hoffe, ihr versteht mich auch gut. Ich hoffe, ich bin nah genug eben am Mikrofon gewesen. So, Test, Test. Test? Okay, ich glaube, ich bin nah genug am Mikrofon. Was soll ich denn jetzt für 200 holen? Das da oder das da? Ich sehe keinen Unterschied. Also ein bisschen länger. Also... Ja, ich sehe schon einen Unterschied, aber... ...ich kann es halt nicht lesen. Ich habe schon mehr von das. Ach nö, die ist so unnötig. Warum? Ich will mir jetzt einfach einen Job haben, damit das Geld schneller geht. Geht es dann nicht langsamer? Ich weiß, ehrlich gesagt nicht. Oh! Hier geht es voran. Hä? Aber irgendwie nicht so schnell. Ah, ich glaube beim letzten... Warte mal. Hier sind doch auch andere Spieler rein. Nee, eigentlich nicht. Ich meine, wenn man da drüber springen will... Hä? Ich sterbe dadurch auch? Okay, das war jetzt gerade mal eine Überraschung. Also wenn man da drüber springen will, dann ist es so, dass man wirklich... Stimmt. Sogar ich sterbe dadurch. Ich. Und ich habe das gebaut. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Duda, guck mich nicht so an. Ich bin ein Boss. Oh mein Gott. Und wenn ich unten... Weil ihr hört das ja glaube ich nicht. Weil ich habe jetzt Kopfhörer an. Und ja, das hört ihr dann halt nicht. Wenn ich dann meine Freunde drüber, dann wird das Video beendet. Oder auch vielleicht schon früher. Weil ich möchte halt auch Zeit mit ihr verbringen. Aber... Wir machen erst mal gleich ein Robby. Und... Ja, ich hol mir jetzt das andere 200. Das andere war wirklich unnötig. Oder soll mir nicht schon... Ich fühl mich schon das mit 300. Das hat sich verschwungen hier. Ich meine... Was ist das wohl? Ich bin tatsächlich heftig. So viel. Oh, vielleicht war ich immer... Also die dauert noch ein bisschen, aber... Und ich bin immer so heftig. Wenn ich... Vor allem, ich hätte schon mal vier. Irgendwas mit vier. Und dann habe ich was gesehen. So, warte, was war das nochmal? Das war oben... Warte mal. Das waren diese Dinger da. Und ich hätte gedacht... Ich kann es ja nicht lesen. Ich hätte gedacht... Oh mein Gott, das kostet so viel. Das wird doch bestimmt richtig cool. Und dann kamen einfach nur diese Dinger raus. Ich habe das am Anfang nicht gesehen. Aber jetzt... Aber da habe ich irgendwann gemerkt. Und ich so... Nein. Das geht so nicht. Und wenn ich übrigens mal... Ähm... wieder Minecraft spielen soll. Oder... Oder... Vielleicht mal mit euch Samplegeist spielen soll. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Samplegeist... Oder... Minecraft. Oh! Mit 300 habe ich immer ein bisschen mehr. Weil... Wenn ich das dann halt bezahle... Dann habe ich halt immer noch ein bisschen... Weil... Wenn man genau ist... 300 holt... Dann ist halt alles auf einmal weg. Und du hast nur noch null. Und das ist halt immer doof. Deswegen hole ich mir immer mehr... Was ich eigentlich brauche. Deswegen... So, ich glaube jetzt muss ich genug haben. Also ab nach oben. Und übrigens... Ich hoffe... Nochmal... Ihr hattet... So doll... Ein schönes Silvester. Weil... Und übrigens... Ja, weil... Es ist einfach... Ein Tag. So, ja... Anfängt uns. Übrigens... Habt ihr geschnallt? Ja oder nein? Nein? Wir haben... Dieses Jahr... Mal richtig die Sau losgelassen. Aber ich weiß... Ich weiß... So das... Scheiße halt Tiere. Und ich liebe halt Tiere. Aber... Ich würde es halt jetzt... Nicht zu ernst nehmen. Also... Ihr könnt knallen. Und so weiter. Darüber müsst ihr euch wirklich keine Sorgen machen. Und äh ja... Ich hab halt auch geknallt. Aber... Wenn ihr so ein richtiger Tierfreund seid... Und das ihr nicht wusstet... Dann... Hier bitte. Aber ihr könnt natürlich immer noch... Esser feiern. Ich liebe trotzdem Tiere. Und keine Sorge... Wir passen auch richtig auf. Und bei uns ist es so... Das... Wir kaufen nur... Feuerwerk... Wo es wirklich... Sicher ist... Dass nichts passiert. Ja. Wir gucken... Ernst? Für dieses Ding da. Aber ich finde das richtig gut. Das ist Kani. Ich... Die Kani. Das teste gerade. Oh mein Gott. Die Kani. Nichts. Aber ich glaube... Ich muss sie doch gerne machen. Wie kein Laser. Was kann die noch? Ich packe die mal lieber weg. Weil das... 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 Und... Ach egal. Ich kämpfe wieder noch. Aber ich glaube... Ich werde auch noch mal ein Video machen. Wo ich... Euch die auch mal fertig bleiben. Und ich werde zwischendurch immer ein Video mit euch machen. Wo ich... Euch das so ein bisschen zeige. Aber ich würde sagen... Wir beenden jetzt das Video. Weil ich will ja auch noch das mit der Obi machen. Und ich weiß nicht was zuerst hochladen wird. Und... Also... Ja. Und ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen... Okay. Das war gerade noch die Film. Wellen. Wir sagen Bye. Schönen Tag noch.